Leute, das Splatfest-Ergebnis ist da! Ich kriege jetzt erst die Ergebnisse! Wir schauen zu. Team Hasen vs Team Sildkroth. Jetzt live die Ergebnisse. Weißt du, die... Man kann da noch gar nichts updaten. Bei mir kommen die ganze Zeit nur die Stimmen und hier geht sonst nichts weiter. Hä? Bei mir hängt das hier fest? Doch, jetzt halt. Okay, bei Stimmen haben die Sildkroth mehr, was mich wundert. Oh mein Gott. Danke, dass Paul schon mal alles spoilert hier. Oh mein Gott, da wurde dran. Oh mein Gott, bei diesen... Ja, Tim Hasen hat gewonnen. Ja, Tim Hasen hat gewonnen. Ja, Tim Hasen hat gewonnen. So, Tim Hasen hat gewonnen. Liebe Leute, Tim Hasen hat das Glättfest gewonnen. Tim Hasen sind noobs. Wir hatten fest. Das Ding ist, in Japan... In Japan ist das eigentlich, als das Tier eine Schildkröte und kein Hasen. Also... So. Damit hat Team Hasen gewonnen. Yeah, mein Sildkröte hat gewonnen. Das muss man jetzt mal geben. Die, äh, da, ne, feiern, Ostern. Wie gesagt, es hat ja auch das Gefühl, so dass Tim Hasen gewinnen wird. Ich hätte auch gedacht, dass das mehr Leute waren, die Tim Hasen gewählt haben. Ich dachte erst, es wird Team Schildkröte gewinnen, weil die so oft gegen uns verloren, äh, gegen uns gewonnen haben. Ja, ist krass. Das war auf jeden Fall die Ergebnisse im aktuellen Splettfest. Bis heute.